Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft braucht passende und leistungsfähige Infrastrukturen. Deswegen engagieren sich kommunale Unternehmen seit langer Zeit. Wir versorgen mittlerweile über 6 Millionen Kundinnen und Kunden mit schnellem Breitband. Die kommunalen Unternehmen bauen Glasfaser aus, nicht nur in der Stadt, sondern vor allem auch auf dem Land. Schnelles Internet wird immer mehr zum Standortfaktor oder zum Standortnachteil, wenn man es nicht hat. Weiße Flecken, buchstäblich digital Abgehängte, wären die Folge, wenn wir jetzt nicht alle Anstrengungen unternehmen, Glasfaser bis in jedes Haus zu bekommen. Unsere Unternehmen investieren auch in diesem Jahr wieder über eine Milliarde Euro in leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur. Die Digitalisierung verändert alles. Unser Leben, die Kommunikation untereinander, geschäftliche Prozesse, Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden. Unsere Unternehmen, unsere kommunalen Unternehmen entwickeln neuerdige Services, wie zum Beispiel intelligente Parkhäuser, Smart Meter, Smart Homes, Blockchain-Anwendungen, um zum Beispiel die direkte Verbindung zwischen einem Kunden und erneuerbaren Energienanlagen zu schaffen, virtuelle Kraftwerke, vieles mehr. Wir denken, das System Stadt und wollen das System Stadt digital funktioniert. Smart City, Smart Region, so wie es die Bundesregierung jetzt festgelegt hat. Wir unterstützen unsere Mitglieder bei dieser digitalen Transformation, denn natürlich heißt es auch, Veränderungen in den Köpfen, in den Unternehmen anzuregen, hinzubekommen, daran zu arbeiten. Wir bieten Design Thinking Workshops an. Wir haben Kontakte nach Israel, wenn es um kritische Infrastrukturen und den Schutz derselben geht, oder aber wenn es um moderne digitale Verwaltung in Estland geht. Und wir bauen in einer Innovationsplattform quasi das Tinder für Stadtwerke. Obwohl wir erst in der MVP-Phase sind, haben sich viele hundert Unternehmen und Startups bereits gemeldet, bauen an dieser Plattform mit, um gemeinsam das zu schaffen, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, leistungsfähige, lebenswerte Kommunen. Nehmen Sie deshalb die heutige Veranstaltung als Chance wahr, mit uns ins Gespräch und ins Geschäft zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.